Wir haben hier eine Geschichte, die nennt sich das reine Schaf. Wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Phasen 2 und 3, so ist das. Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn er erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. Das wird gesagt, in Schottland, da sind sehr große Gebärden, sehr höhere und sehr viel Schub. Die Schub sind da, wie ein Dorf, wie es dort lohnt, ist so sehr bäugig, da geht nicht anders viel, was zu acheln. Aber Schub, die können auf die Höhe bäugigen ab, die können dort groß, da werden, und davon ernähren sie sich. Die fangen tidig am Falljahr an, wenn die Schnee unten warst, dann ist dort frisch. Frisch ist Gras, sehr grün, sehr nordhaft. Dann sitzt die Schnee auf den Beu, Hecher anab, warst, da wurden die Schub immer mit Hecher gejagt, alle Dach. Und dann, wenn es erst hofft, kommt, dass die Sommerdärche ist, dann sind die See hoch auf die Gebirgen. Dann ist die Schnee da hoch oben auch auf die Gebirge gejagt. Nun ist da ein ouler Hord, der hat dann viele Jahre dort Schub geholt. Die kriegt einen Dachsjahrst, da ist ein Gast von seiner Schultät, ein Junge, mit wem er ist tot in der Schule gegangen, und sie haben sich für viele Jahre nicht gesehen. Das andere Fremd, der sagt, ich will hier in Pordär bleiben. Und dann sagt der Schubshort, dort freut mich sehr, dass du kommst. Und dann sagt er, ich sehe den Schubshort, ich muss meinen Schub alle Dach zu weit gehen. Ich kann nicht süß bleiben, mit dir spazieren. Oh, sagt das Geist, dort freut mich sehr, denn ich habe immer gehört von dir mit deinen Schub. Und ich kann das aber nicht. Ich möchte hier nochmal seine Wodertijd mit Schub. Wenn die dort entdankt ist, dann komme ich mit die mit, und dann werde ich mit die den Dach überblieben. Und so tunen sie das dann. Samarians tidig stellt die Hord ab, und das Geist auch. Dann nimmt die Hord seine Hohen, und merkt das Haartje auf, und lässt alle Schuben raus. Dann geht die Hord verab. Er raubt die Schub, und dann kommen die alle hinger an, und da sind ein paar Hohen. Die kommen hinger, die Schub. Da gehen die Sacheltjes in der Nacht ein paar Bäuer hinab, wo das Gros dann rein ist, und frisch. Da saß ich die Horde dann doll, und die Schub fangen an zu großen. Und die verspreiden sich so ein bisschen. Eigentlich gingen sie ziemlich weit weg. Diese beiden Männer, die spazieren da, und verteilen sich verschieden von ihren Jugendjahren, und was sie belebt haben. Von ihren Familien, die sie haben gerade gemerkt. Mit einem sagt das Geist zu dem Hord. Ich sehe hier so viele verschiedene Schub, aber ich bemerke hier einen Schub. Dort sind die viele Reine aus all die anderen. Dort wird die Wahl gemessen. Und das bleibt so dicht wie die, Ego. Das geht gar nicht weg. Wo kommt das? Oh, sagt das Ola Hoa, dort ist eine sehr interessante Geschichte. Sagt der Deutschschub, dort wäre man sehr angehorsam. Dort will immer, als wenn das mir jahre anwär. Wenn da gerufen sind, wo das in der Stelle immer ist, dann jängt das so sehr an Account, und man nicht mal fällt in den Schubbuck rauf. Wenn die Töse ja an Account kommen, und dort probt das immer. Dann raubt ich ihm, und lohmt ihm dann üt. Ich kaufe ihm auch mal ein paar Strecken mit dem Stock, aber das hält nicht. Immer probt er mich zu trotzen. Mit einmal einer Zeit, dann haut er auch ein bisschen reing, und dann wird die Ego ab Account, und ein bisschen sehr weg, und gläb sich. Dann geht er da, da war er ganz auf Account, und ich raubt ihm, aber er kriegt bloß nicht mehr, und kommt aber nicht zurück. Ich raubt noch einmal, und das Wege, das war nicht mehr ausgelacht, und wenn er mit den Lippen um die Feind war, dann fällt er da rauf. Und das ist da sehr deep rauf, und da unten ist es sehr, sehr blattig, und weig. Wenn ich ihn da stärken, dann kann er da nicht rütt, dann raubt er, und brachert. Aber ich lässt mich gar nicht sein, und ich trage mich ein bisschen träg, und checkt ihm mal in Hörst. Die probt noch immer wieder zu kommen allein, und die Dippe kaum hätte er nähen. So, da schließt sich das ganze Schub, ganz schwarz mit Blatt, wie er bloß noch der Kopf, die Stücke rütt. Dann hätt ich ganz ab, mit Tauben, da lag der Stahl. Außer der Spator, wie er dann krupp ich hier rauf, und langt heim mit meinem Stock, und hört ihm den Räumen Hals, und trage mich rütt. Dann ging der Schub, der aber so schlecht, wie sein Schub, der so eingeschwingt ist, dort fällt sich sehr schlecht. Sag ich, der von der Tür will ein Schub nicht so eingeschwingt sein. Dann musste ich den Hüß nehmen und waschen dem Rhein, all die Woll aufschnieden, die ging bloß nicht zur Räumen. Nun, sagt er, ist der frisch angewassene Woll, dort schubhaft hat er geleert. Dort ist es gefährlich, wenn ich sehe, dass er wird darauf fallen, dann gläuft er mich dort, dann kämpft er trägt, der bläuft immer bei mir. Der passt nur so ab. Dann sagt er zu diesem Gost, an dem fing ich dort, so es dort im Johannesbrief sagt, im 3. Kapitel, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 3. Da sagt er, ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleich wie er auch rein ist. So, dass er das schubt dort. Dort wird sich niemals mehr entschwingen. Wie seien denn dort, in unserem christlichen Leben, da sind viele Menschen, die haben sich bekehrt einmal, aber haben die sind einmal nicht ganz aufgesagt. Und die proben manchmal, wo, wie sie können kommen, dass sie nicht rot in die sind entwäldern. Die wollen sich aber nicht ganz handheben, nicht ganz tricktragen. Und dann darfst du sagen, dass Menschen mit einmal faulen. Und so eine Menschen sind am Verkund so mautlos. Wie möchten die Motto sprechen, wann so nicht geworden ist. Dann haben wir in 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 4, näher in den Vers 4, So wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Untugend. Weil wir diese Reinigung vornehmen, war der Heiland uns gereinigt, und weil wir uns mehr von den Sünden zurückholen. Denn wir wollen nicht mit, weil es dort in der Stadt, der Heiland, der wird uns reinholen, weil wir ihm wollen uns Gehorsam schenken. Weil wir dort tunen. Denn wir wollen jedoch alle glücklich sein, und wir können nicht glücklich sein, weil wir mit unserem Heiland in Einigkeit leben. Denn wir wollen uns Gehorsam schenken. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020